Ob hier was anderes zu hören ist bei Nacht? Nur ein hohler Baumstumpf. Nichts drin. Aber ich höre, der Wind weht durch... Nee. Bin ich etwa... Nein, bist du nicht. Okay, dann gehen wir jetzt mal zum Portalbaum. Da bin ich auch sehr gespannt, was uns da jetzt erwartet. Ich meine, die sollen ja unseren ersten Zauber endlich lernen. Und mal gucken, was dieser kann oder was dieser sein wird. Einmal da lang, bitte. Wow. 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 Wenn seine Vergeltung beginnt, beginnt unser Werk. Mir steht das Land zu. Denn ich habe ihn wissen lassen, in welcher Reihenfolge er sie in den Stamm treiben muss. Wenn sie ihre Wirkung tun, tun wir unser Werk. Mir gehören die Seelen. Von mir weiß er, wie viele Schläge er machen muss. Was hat er sie gemacht? Hat er sie gemacht? Machen wir uns ans Werk. Er hat er sie gemacht. Ja. 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 Okay, was ist das denn hier? Eine seltsame Versammlung und das stimmt wirklich, eine seltsame Versammlung. Sehr seltsam sogar. Äh, Entschuldigung? Ein Kind? Äh, wir machen uns Sorgen um dich. Menschen wie wir machen sich Sorgen. Siehst du genau hin, kannst du die Sorgen in unseren Gesichtern ablesen. Junge, wer weiß, dass du hier bist? Was, wenn du verschwindest? In einer unglückseligen Nacht wie diese. Unglückselig? Aber ich... Bald wird diese Welt geheilt werden. Keine Sorge mehr um Geld, um Grund und Boden. Um Glück, um Gesundheit. Aber du machst uns Sorgen. Aber er ist nur ein Kind. Ein Mensch. Einer von uns. Der Witz wird nie alt. Ja, wir gehen mal lieber weiter und denken uns unseren Teil dazu. Komm zu uns, Jerry. Oh, wie sind die denn so schnell hierher gekommen? Na ja, schnell, ne? Wir haben uns ja ein bisschen umgeguckt und so. Jerry, hinter diesem Portal liegt eine andere Welt. Fremd für uns, doch zu Hause für dich. Dort musst du deinen ersten Zauber lernen. So will es unsere Tradition. Wie spannend! Dieses Mal noch werden wir das Portal für dich öffnen. Suche die uralte Kröte auf, die wir am Fuße des Portalbaumes gesehen haben. Sie ist alt. Ich habe in deinen Karten gesehen, dass sie einen Zauber für dich bereithalten wird. Wahrscheinlich. Aro, halt dich an deinen Text. Oh. Geh Glück, junger Schüler. Na dann. Dann also zurück nach Hause. Und da sind wir dann auch. Und das ist auch wieder sehr groß. Ich bin wieder zu Hause. Ich hatte schon Angst, dass ich sonst wo herauskomme. Alles ist plötzlich so klein und normal. Naja, fast. Naja, fast normal. Hör auf mich zu zitieren. Ob diese Kröte wirklich schon immer hier gesessen hat? Wie oft bin ich auf den Steinen da schon rumgestiegen? Oh Mann. Fast ein bisschen gruselig. So, wir schauen mal ins Tagebuch. Die riesige Kröte schläft tief und fest. Was könnte sie wohl so einnullen? Hm. Naja, weiß auch nicht. Ach man, jedes Mal. Fall da immer wieder drauf rein. So, und hier sollen wir jetzt unser... Hallo. So ein schöner Klang. So friedlich. Sie schläft tief und fest. Und sie spricht im Schlaf. Wow, ist die riesig. Es fühlt sich an, als ob sich mein Kopf nicht entscheiden kann, ob sie hier ist oder nicht. Das muss an der Münze liegen. Seit ich durch sie hindurch geschaut habe, hilft sie mir die Kröte zu sehen. Grille in der Ferne. Okay, jetzt hat das leider sich gar noch ein bisschen überschnitten gehabt. Hier ist alles beim Alten. Beruhigend. Naja, die Zaroff-Poste hingen doch hier vorher nicht, oder? Der große Zaroff. Hellsichtiger Illusionist. Bald auch in ihrer Nähe. Wann denn? Und wo? Komisch. Und was für haben wir hier? Der große Zaroff. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Das ist doch das gleiche Poster, das ich aus dem Reisekoffer mitgenommen habe. Wer das wohl hier aufgehängt hat? Äußerst seltsam. Das stimmt. Und hier haben wir jetzt einen bunten Specht. Der Specht macht einen ganz schönen Lärm da oben. Irgendwas hat er mir doch erzählt. So, dann gehen wir mal nach Hause. Vielleicht haben wir da ja was. Kann man da reingehen? Drinnen warten nur meine Schulsachen darauf, gepackt zu werden. Das Abenteuer aber wartet hier draußen. Zumindest bis zum Mittagessen. Und um drei läuft eine neue Folge von Future Dogs. Zeitreisende auf vier Pfoten. Yay! Äh, jo, was sollen wir denn jetzt hier machen? Mal gucken, was uns so hier erwartet. Bin ein bisschen überrascht, dass wir... Früher soll es hier wichtige Wannen... ...dass wir jetzt auf einmal hier enden. Können wir denn in die Stadt gehen? Äh, scheinbar nicht. Ja, das haben wir alles schon. Komm, weg, 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 weg. Ja. Hm. Die Eulenmauer. Bis zum großen Wald, genau. So, wir können ja hier jetzt hier mal durchs Auge gucken. Der Specht. Er... Er sagt... Was sagt er dann? Sagt er was? Nee. Eher nicht. Was sollen wir denn hier machen? Mein Kuckuck. Wie klingt er doch? Also er... Erzählt bloß ein bisschen was über den Wald. Hm. Der Specht macht einen ganz schönen Lärm da oben. Der Specht macht einen... Okay, der Specht macht einen ganz schönen Lärm da vorne. Hm. Ja, was kann man denn jetzt hier machen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hm. 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 Der antwortet ja. Äh, Pock. Ach was. Wirklich? Ist ja irre interessant. Äh, Pock. Offensichtlich spreche ich nicht. Specht. Was willst du mir sagen, du Vogel? Was denn? Warum guckst du so? Huch. Ich habe das dumme Gefühl, ich habe was Falsches gesagt. Naja, wenigstens ist es hier jetzt ruhiger. Muss man die Tiere hier vertreiben, oder wie? Kann das sein? Das könnte sein, oder? Ich meine, ich meine, es ist jetzt ruhiger. Das klingt schon irgendwie danach. Ist bloß die Frage, wo ist denn der Kuckuck? Ja, ich habe ein paar Vögelchen. Also, er schläft quasi von den ganzen, äh, Tiergeräuschen, würde ich mal vermuten. Kann man die mit dem Knackfrosch irgendwie vertreiben? Vielleicht spricht sie der Knackfrosch mehr an als meine Stimme. Na, Kuckuck? Das Rufen eines Freundes. Nein. Wohl nur ein Traum. Der Gesang des Waldes. Übertönt alles. Sof. Hm. Scheint, als hätte sie den Knackfrosch nicht ganz gehört. Wegen des... Gesang des Waldes. Die Stimmung hier im Wald ist aber auch echt beruhigend. Ein Kuckuck. Ja, also hatte ich damit recht. Okay, das hilft einem ja weiter. So einigermaßen zumindest. Denn das hilft mir nicht unbedingt insofern weiter, dass ich jetzt weiß, wo der Kuckuck steckt. Oder was wir gegen den machen können. Hm. Wo könnte er denn sein? Der Kuckuck, der... Früher soll es... Ach, komm. Heute... Ich will das nicht. Früher... Heute... Ich will doch einfach nur weitergehen. Wo bist du denn, du Kuckuck? Oh, hier geht's nicht weiter. Stadtrand. Eulenmauer. Geht's hier über die Mauer irgendwo hin? Die Eulenmauer. Die Fitt. Ne, da kann man nicht lang gehen. Mal durchs Dingens gucken. Und du Sregern. Hallo. retrouveren. Deine W Fredstatt. Deine W Fredstatt. Du Спасибо.